Mutter vs. Vater Wenn man am Strand ist, wie die Mutter reagiert? So, da wären wir. Äh, Tim, hast du dir auch so ein Creme drauf gemacht? Ach was, sowas brauch ich nicht. Beschwer dich dann aber nicht bei mir, wenn du einen Sonnenbrand hast. 20 Minuten später. Äh, au, heiß, heiß, au, 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 au. Ich hab es dir ja gesagt. Du hast mich angezündet. Ist doch dasselbe. Wie der Vater reagiert. Ich weiß nicht, das Wasser hier sieht jetzt nicht so schön aus. Stell dich nicht so an. Es ist sonst jemand hier. Wir haben den ganzen Strand für uns allein. Naja, du hast ja recht. Ich kann leider noch nicht schwimmen. Heute ist wirklich das perfekte Wetter zum Schwimmen. Wirklich komisch, dass sonst jemand hier ist. Oh, ähm. Naja gut, ich hab ja noch einen Sohn.